Paul ganz unten. Eine Broschüre für Jugendliche der LMU München zum Thema Depression. Die Bilder sind der Broschüre entnommen. Der Text wurde abgeändert und gekürzt. Die Präsentation wurde von Kata erstellt und auch gesprochen. Das ist Paul. 14 Jahre alt, 1,75 groß. Hobbys, Musik hören, Freunde treffen, Kino, Internet. Steht auf gute Freunde, Ehrlichkeit, sein Skateboard. Keinem Bock auf Schulstress, Vorurteile. Paul, ein ganz normaler Junge. Das ist ein Teil von Pauls Glicke. Insgesamt sind sie zu fünft. Kito, Simon, Aydin, Paul und Emilie. Emilie ist 15 Jahre alt und erst seit kurzem in der Glicke. Früher hatte sie kaum Freunde. Nach der Scheidung ihrer Eltern zog sie vor fünf Monaten mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in die Stadt. Dadurch musste sie auch die Schule wechseln. Pauls Vater ist vor acht Monaten an einem Herzinfarkt gestorben. Das war ein großer Schock. Er war Pauls großes Vorbild. Die beiden haben immer sehr viel zusammen unternommen. Seit dem Tod seines Vaters vor acht Monaten ist Paul irgendwie anders. Wie ist Pauls Stimmung? Welche Symptome zeigt er? Er ist sehr traurig und hat zu nichts mehr Lust. Er hat keine Energie, mit seinen Freunden etwas zu unternehmen. Auch Sachen, an denen er immer Spaß hatte, mag er nicht mehr. Paul macht sich oft Vorwürfe, dass er in diesem Moment nicht bei seinem Vater war, um Hilfe zu holen. Vielleicht hätte er etwas tun können. Manchmal hat er das Gefühl, dass er an allem schuld ist. Wenn ihn jemand fragt, was los ist, reagiert er aggressiv und will seine Ruhe. Auch seine Freunde kommen nicht mehr an ihn ran. Er zieht sich zurück. Paul ganz unten. Wir unterbrechen den Film hier. Überlegen Sie, welche Folgen Pauls Veränderungen haben. Paul kommt in der Schule jetzt nicht mehr so gut mit und kann sich schlecht konzentrieren. Er fühlt sich abgelehnt. Meist geht er früher nach Hause, wegen Kopf- und Bauchschmerzen. Oft ist er den ganzen Tag müde und sagt, dass er die Nacht gar nicht oder schlecht geschlafen hat. Er hat Angst vor dem nächsten Tag. Er denkt oft, sein Leben ist jetzt sinnlos. Er fühlt sich als Versager und er denkt, es wäre manchmal besser, wenn er einfach nicht mehr da wäre. Oft haben Jugendliche mit einer Depression auch Gedanken an den eigenen Tod. Sie sehen nichts Schönes mehr in ihrem Leben und glauben, dass das auch nie mehr anders wird. Der Tod wird als einzige Lösung gesehen. Emilia spricht Paul an, weil sie sich Sorgen um ihn macht. Sein Verhalten kommt ihr bekannt vor. Ihr ging es früher auch einmal so, wie es ihm jetzt geht. Ihr Arzt nannte es Depression So wie Paul jetzt geht es vielen Jugendlichen mit einer Depression. Jeder 14. Jugendliche in Deutschland hat eine Depression. Die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen in Deutschland ist Selbstmord. Im Jahr sterben ca. 200 Jugendliche durch einen Suizid. Selbstmordversuche sind sogar bis zu 20 Mal häufiger. Das heißt, dass ca. 4000 Jugendliche pro Jahr einen Suizidversuch unternehmen. Emilia erzählt, dass es Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen. Paul muss damit nicht alleine zurechtkommen. Paul hat viele Bedenken. Ich bin doch nicht verrückt. Bin doch kein Schwächling. Ich schaffe das alleine. Von den Medikamenten werde ich bloß abhängig. Da komme ich gleich in die Klapse. Paul braucht Hilfe Paul ist immer noch unsicher. Er stimmt aber zu, mit Emilie zum Schulpsychologen zu gehen. Dieser glaubt auch, dass Paul eine Depression hat und schickt ihn zum Psychotherapeuten. Paul hat noch einen längeren und auch anstrengenden Weg vor sich, bis es ihm wieder besser geht. Aber sein Therapeut ist zuversichtlich, dass Paul es schaffen wird. Paul ist sehr froh, dass ihn Emilie überzeugt hat, sich Hilfe zu holen. Das war der erste Schritt zur Besserung. Von drei Jugendlichen mit einer Depression wird nur einer behandelt. Er hat die Chance, dass es ihm bald besser geht. Was hilft noch? Nicht jeder bekommt so schnell Hilfe wie Paul. Paul hat Glück gehabt, dass Emilie seine Probleme erkannt und ihn unterstützt hat. Emilie hat hingeschaut. Für Paul ist die Geschichte gut ausgegangen. Für ihn gibt es wieder eine Zukunft. Ja, noch gut ist nicht ca sandwich. Ja, noch gut ist. Bis dann, dass der Indiana banner. Wir sehen uns dann gute Weinen, Herr Marlock. Aber bei der primeiro Frankly ist nicht zufrieden. Was ist Unfortunately, dassиваем 끝� tác,